Eines Tages wird es mein Sohn sein, der herrscht. So lange lebe der König. Ihr Narren habt euer Land bis auf die Knochen abgenagt. Was könntest du uns schon groß bieten? Einen Ort, wo ihr euch vollstopfen könnt. Der König kontrolliert dieses Jagdrevier. Deswegen töten wir ihn auch. Abonni Fassers Stammba! Endet! Lass sie aus! Der König! Help mir! Lang, lebe der König! Lauf weg und komm nie mehr zurück. Tötet ihn. Stell dich ja da, dass du das. Wir begrüßen den Anbruch eines neuen Zeitalters. Eine große und glorreiche Zukunft. Ich bin weg! Akuna, 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 Akuna. Hast du dich je gefragt, was diese leuchtenden Pünktchen da oben sind? Da hat mal jemand erzählt. Das sind die großen Könige der Vergangenheit. Und sie passen auf uns auf. Ich bin niemand also. Lass mich in Ruhe. Jeder ist jemand. Selbst ein Niemand. Du weißt nicht mal, wer du bist. Oh. Du aber wahrscheinlich schon. Ich hielt den Sohn von Mufasa. Du hast meinen Vater gekannt? Er ist tot. Und das schon seit langer Zeit. Er lebt. Und ich kann dich zu ihm bringen. Komm. Siehst du ihn? Er lebt in dir. Simba. Erinnere dich daran, wer du bist. Der einzig wahre König. Verlass mich nicht wieder. Ich habe dich nie verlassen. Und werde es nie tun. Ich bin ein zehnmal besserer König als Mufasa. Du wirst nichts verglichen mit Mufasa. Mufasa, es kann nicht sein. Lass meine Mutter in Frieden. Simba, ich freue mich so, dich zu sehen. Nimm mir einen guten Grund, warum ich dich nicht in Stücke reißen sollte. Für die hier bin ich der König. Willst du was von ihm, musst du an uns vorbei. Sag ihnen, wer für Mufases Tod verantwortlich ist. Wärst du nicht gewesen, wäre der König noch am Leben. Glauben wir einem Sohn, der einem Vater das Leben nimmt. Einem Sohn, der seine Mutter im Stich lässt. Du bist was. Sag es, bist du der König. Ich bin nichts. Dann verneige dich vor deinem König. Ich blickte um ihn heran. Sah die Angst in seinen Augen. Ich habe Mufasa getötet. Mein Vater, dein eigener Bruder. Mörder! Töte sie ab! Heute geht's wohl Schwein zum Abendbrot. Rund und speckig. Aber was ich gar nicht leiden kann, die Mama! Mein ganzes Leben warte ich schon auf diese Mahlzeit. Aber heute bin ich kein Junge mehr! Tag mal weiter. Let people are alive. Let's go! Motha, Töten! Erleah's go! Hazen! Verweiß gut! Burra. Lauf weg, Ska. Lauf weg und komm nie mehr zurück. Wir wünschen Meite. Du kannst mich nicht besiehen. Das ist mein Königreich, meine Bestimmung! BR 2018 Meine Freundin, Freunde! Ich dachte, du hast gesagt, wir sind widerliche Aasfresser. Ja, du willst uns töten. Du hast nur ein einziges Mal die Wahrheit, Ska. Der Wagen einer Helden ist niemals voll. Somit wurde er, der König, die Löwen. Hallo, Herr Stammahl. Ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin Jan Weiß. Und ich führe diesen Kanal. Und ich wollte im nächsten Mal keine Änderung stattfinden. Momentan ist da so viel von Videos, wo so Filme vorgespielt werden mit Musik, nur leidende Geschichte erzählt. Aber hier will es viel mehr in die Sportrichtung gehen. Weil mir ist aufgefallen, mit den Videos kann man kaum irgendwie Geld verdienen, weil es halt von anderen Usern oder halt andere Leute sind. Wahrscheinlich würde es echt nicht gut ankommen, weil es ist was ganz anderes, als was ich gerade mache. Aber... Will es schon funktionieren? Falls es euch gefällt, was ich mache und so weiter, könnt ihr gerne ein Like, Abo und die Glocke aktivieren, wie bei allen anderen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!